Das ehemalige Offiziersheim in List wird in den kommenden Jahren zum Gesundheitsresort. Auf dem rund 5 Hektar großen Grundstück in bester Wattlage entsteht der Lanserhof Sylt. Am Mittwochvormittag fand der Spatenstich für das Großprojekt statt. Der Hotelier und Geschäftsführer der Lanserhof GmbH Dr. Christian Harisch begrüßte Gäste aus der Politik von Lister-Institutionen, Geschäftspartner und Prominente wie Johannes B. Kerner. Die Lanserhof GmbH betreibt Medical Spa-Kliniken in Lanz in Tirol am Tegernsee. Ein weiterer Standort ist in Hamburg angesiedelt. Ab 2020 werden die ersten Gäste ihren Gesundheitsurlaub im Lanserhof Sylt genießen. Prävention, Regeneration und Vitalmedizin sind dann die Schwerpunkte. des Medical Spa Resorts in List auf Sylt.